Willkommen in diesem äußerst schicken, gepflegten Ford Fiesta Sport. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses Fiesta ist schadstoffarm Euro 4 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und in Wagenfarbe lackiert. Seitenspeller, Front- und Heckschürze und der Heckspoiler. Verleihen Ihnen den besonderen Charakter. Abgedunkelte Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den 16 Zoll Leichtmetallfelgen gibt es noch ein Reserverad Notfall. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sportsitze sind komfortabel und bieten viel Seitenhalt. Fußmatten gibt es natürlich dazu bei uns. Für Ihre Sicherheit sorgen 5 Airbag und ABS. Ebenso Nebellampen vorne und der Tempomat. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem gepflegten Fiesta-Sport werden Sie viel Spaß haben. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgeführt. Den Wagen bekommen Sie mit frischem TÜV. Der Wagen ist innen und außen in Top-Zustand. Er stammt aus erster Hand. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.